Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3065 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Gemeinsam legen wir die Ziele des Unternehmens fest und diskutieren die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Wenn die Kinder in der Schule sind, erledige ich meine Büroarbeit am Küchentisch. Ich rufe dich später zurück. Ich muss erst noch ein dringendes Formular ausfüllen. Ich rufe dich später zurück. Ich muss erst noch ein dringendes Formular ausfüllen. Ich rufe dich später zurück. Ich muss erst noch ein dringendes Formular ausfüllen. Ich habe gerade im Baumarkt das Werkzeug für die Malerarbeiten gekauft. Hand in Hand gehen wir gemeinsam durch das Leben. Friedrich schneidet keramische Fliesen mit einem manuellen Fliesenschneider. Friedrich schneidet keramische Fliesen mit einem manuellen Fliesenschneider. Friedrich schneidet keramische Fliesen mit einem manuellen Fliesenschneider. Du musst dich um die Inventarliste kümmern. Es ist dringend. Du musst dich um die Inventarliste kümmern. Du musst dich um die Inventarliste kümmern. Es ist dringend. Ich habe ein Stipendium bekommen und muss mich jetzt nicht mehr um die Finanzierung machen. Ich habe ein Stipendium bekommen und muss mich jetzt nicht mehr um die Finanzierung meines Studiums kümmern. Mir geht ein Licht auf. Jetzt habe ich endlich verstanden, worum es dabei geht. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich habe alles für das Picknick mitgebracht. Leider ist mein Freund wieder nicht gekommen. Ich plane mein Geschäft weltweit auszuweiten. Ich plane mein Geschäft weltweit auszuweiten. Gummistiefel, eine Gießkanne mit Gartenwerkzeug und ein Eimer mit Blumen stehen für die Arbeit im Garten bereit. Gummistiefel, eine Gießkanne mit Gartenwerkzeug und ein Eimer mit Blumen stehen für die Arbeit im Garten bereit. Gummistiefel, eine Gummistiefel, eine Gummistiefel, eine Gießkanne mit Gartenwerkzeug und ein Eimer mit Blumen stehen für die Arbeit im Garten bereit. Ich habe den Kürbisblau angemalt und dekoriere ihn jetzt. Ich habe den Kürbisblau angemalt und dekoriere ihn jetzt. Ich habe den Kürbisblau angemalt und dekoriere ihn jetzt. Was ist passiert? Hat dir jemand eine schlechte Nachricht geschickt? Dieses Kunstwerk kann man trinken. Dieses Kunstwerk kann man trinken. Dieses Kunstwerk kann man trinken. So schmeckt der Kaffee besonders gut. Wenn die Zwillinge gleich gekleidet sind, kann niemand sie auseinanderhalten. Wenn die Zwillinge gleich gekleidet sind, kann niemand sie auseinanderhalten. Der Löwenzahn ist für meine Kaninchen. Sie fressen ihn gerne. Meine Mutter und ich ziehen uns oft gleich an, wenn wir ausgehen. Meine Mutter und ich ziehen uns oft gleich an, wenn wir ausgehen. Um immer gut auszusehen ist die tägliche Hautpflege wichtig. Um immer gut auszusehen ist die tägliche Hautpflege wichtig. Vor der Verwendung des Produkts muss ich mich vergewissern, dass es die richtige Charge ist. Vor der Verwendung des Produkts muss ich mich vergewissern, dass es die richtige Charge ist. Mit den Fotos finanziere ich meinen Lebensunterhalt und meine Urlaube. Mit den Fotos finanziere ich meinen Lebensunterhalt und meine Urlaube. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Vor der Verwendung des Produkts Untertitelung des ZDF, 2020